So, wir haben jetzt ja noch die Mädels vor uns, dann haben wir noch zwei Gruppen in der Klasse 5, bei der ganz, ganz großen Stocker-Gang. Und dann machen wir den Basis mit dem Bauch ein, da könnte man das rein holen. Die Pommes hier sind sowieso Weltklasse, Pizza haben wir. Ja, mal bei Thomas Rheins reingucken, Thomas Rheins übrigens, nur mal Glückwunsch zum Geburtstag, nachträglich, gestern hattest du ja einen. Da gibt es dann auch die Crossport und passt hier nicht direkt, was braucht man, bestimmt dann, Thomas, nur ein Kanalog mit Mime. So, und ich würde sagen, noch hat sich nichts verändert, die Mädels fahren ja immer sehr nach Speedby-Regeln, also Nicole, er ist in Führung, dann haben wir Christian, Marvin. Wenn er taucht, dann kommt, die Starten mit 2 und 3, die sind auf der Aufwand, das ist kein Christian, um vorbeizugehen, aber wenn die Lüge sind, der Volk, von mir heißt das ja, der Volk, der Volk. So, und Nicole, es darf noch nicht sicher sein, der Volk, 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 der Volk. So, und die Christine, die ist nicht zufrieden für den zweiten Platz. Also, die kommt mir aus, wo, hier ist die Marmel und wenn die Marmel das kommt, dann haben wir Startnummer 340, das müsste die andere Devolk sein. Und dann die 113, Manuela Oeuvre.